Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute wieder mit dabei der Kenano, der Extreme Zockt, die wunderschöne Rebelli und die liebevolle Lirina. So, meine erste Ansage. Schön, bitte einmal applaudieren. Nein, fast. Du hast sogar noch jemanden. Schön gemacht. Ich finde es super, dass du uns Mädchen bevorzugst. Natürlich, immer. 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 So. Piepen. Ja, dann machen wir mal ready. Erstmal. Dann machen wir mal ready. Fang an zu töten, ja. Bring mich um. Ich werde dich sowas von umbringen. Aha. Da freue ich mich ja schon drauf. Genau. Nein, ich werde dich einfach wie sonst immer ignorieren. Was? Was? Nein. Nein. Du würdest dich einfach ignorieren, okay? Ja. Nein. Ich laufe an dir vorbei, eiskalt. Okay. Find ich nicht. Nein, die anderen nicht. Die anderen nicht. Nur der Extreme. Extreme Dinosaurs. Ich muss da immer dran denken. Da ist Böses im Busch. Was ist im Busch? Welcher Busch? Böses. Böses. Böse Böse. Du willst nicht wissen, was im Busch ist. Im Tal der Qual. Im Busch der Qual. Wieso kriege ich die Farben? Heute ist eigentlich mal recht durchwachsen mit den Babs. Ja. Heute mal eine noble Aufteilung. Das ist voll blöd. Ich mag sie. Ja. Ihr redet euch die ganze Zeit ins Wort gut. Zweite Wahl schon. Das tut mir leid. Ich sage einfach gar nichts mehr. Ich würde sagen, es sind sehr gewöhnungsvolle Runden, weil irgendwie, es ist alles merkwürdig heute. Es ist merkwürdig. Es ist merkwürdig. Wo bist du jetzt hingenommen? Perfekt. Ich habe dich verloren. Perfekt. Was? Hast du verloren? Ja, ich habe mich sofort verloren. Was? Ich habe nämlich keine Spuren, nichts gehabt. Du hast keine Spuren gehabt, ich bin aber gerannt. Ja, ich habe aber überhaupt keine Spuren, nichts gehabt. Das ist komisch. Das ist echt merkwürdig. Besonders mein Tuch hat schon wieder nicht funktioniert. Wieso funktioniert denn das nicht? Vielleicht müssen wir es nochmal reinmachen? Nein, es hat funktioniert. Ich bin über so gut eine halbe Map gelaufen. Du bist über die halbe Map gelaufen. Ja. Ach so, echt? Ja. Dön an mir vorbei. Hallo. Nicht in die Richtung. Oh Gott, ich bin live dabei. Ich bin live dabei. Ich bin im Fernsehen. Hallo Mama, hallo Papa. Hallo Mama, hallo Papa. Komm ich jetzt ins Fernsehen hin? Das ist RTL hier. Bitte, was machst du jetzt? RTL ab RTL. Oder jede x-beliebige andere Sender da draußen. Nicht unbedingt nur diese eine. Nein, natürlich nicht. Nein, ja. Gut, doch auch Kika ab 18 sein. Das ist doch hier ein bisschen falsch. Lass mich ein, ich will, dass Mama stolz auf mich ist. Kika, Kika Nienchen. Das hier ist eine Mischung aus allen möglichen Ländern. Ah! 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 Bitte weiter! Nein! Nein! Verdammt. Wieso kann ich das nicht so gut mit der Nurse? Melo? Gib mir dein Skill ab. Ich krieg mit der Nurx gar nichts hin. Boah, da brauch ich mal hier anfangen zu zucken. Letzte Auflambesession, da sind ja alle vier entkommen. Also an der Griff 3. Ja. Des Todes. Ja. Ah, da ist jemand reingegangen. Kann ich mich verarschen? Lüge. Ich hab's gesehen. Das ist eine Lüge. Nein, ich bin gar nicht da. Ich bin nur eine Illusion. Oh, was für eine... Was für eine Verarsch. Ich kann meinen Medicoffer wieder nicht benutzen. Oh, Adrenalin. Oh, nice. Das klingt aber schnell. Oh, danke. Oh, danke. Das hat doch voll den Arsch gerettet. Boah, krass. Ja, wir auch. Oh, Mann. Hahaha. Boah, das ging jetzt aber echt schnell mit den Generatoren. Nein. Schätzelein, nein. Lass mich mal meine Säge über dein Gesicht streifen. Nein, Schätzelein. Nein. Lassen wir das. Ich hab aber Lust dazu. Ich dachte, man riecht es nicht. Ich hab mich mit Delo eingesprungen. Bitte. Bitte. Lass mich. Ich mag das nicht. Ich schon. Ich mag das aber nicht. Komm her. Na komm schon. Nein. Du willst es doch auch. Oh nein. Ach kacke. Was hab ich denn gemacht? Oh, hast du dich verloren. Dich ablenken. Daneben, daneben. Da war er Speck. Boah, das war immer eine echt kurze Runde. Ja, echt mal. So, wie sieht es aus, Extrems? Ich wollt grad sagen, ihr seid ja raus. Ich bin doch da. Wir mussten es. Ich hab nicht mal mitbekommen, wie schnell hier die Generatoren gemacht hab. Was sollte denn das? Ach so, bei dir funktioniert das also. So, dann geh mal raus, Extrems. Ja. Wenn es einfach gehen würde, ja. Doch, es geht einfach. Nein, er möchte von mir noch verspreichert werden. Ja komm, liebkose mich. Wo bist du? Ich steh hier am Ausgang. Oh. Oh. Wie er mich verlässt, eiskalt. Würde ich niemals machen. Brich mir nur das Herz. Luke. Läuft. Was ist denn die schlechte Runde? Oh, ihr habt alle mal eure Perks. Wow. Ah. Ist Blutwurst. Oder Gämse. Oha. Gefüllte Gämse. Gefüllte Gämse mit Blut. Aha. Da, da, da. Okay. Ähm. Ja. Wollen wir nicht weiter irgendwas essen? Ähm. Kartoffelsalat. Eww. Eww. Mh. Schnitzel. Eww. 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 Schlafanzug. Ian. Eww. Mh. Das ist ja anscheinend passiert, aber... ...noch mehr Herzchen. Snickers-Torte. Ich glaube, wir hatten den Schottlitz noch nicht, oder? Doch. Misha? Egal. Egal. Das ist random. Ich habe schon mal eine eigene Schwarzwälder Kirschtorte gemacht. Oh, okay. Ist das schwer, oder was? Und? Ist was geworden? Ähm, das war zum Brotten meiner Mutter. Mir persönlich hat er nicht so geschmeckt. Es ist natürlich was anderes als das Original. Hat eh nicht aber geschmeckt. Aber mir hat die Zutat nicht geschmeckt, weil du solltest da Rum reinmachen. Kirschwasser und Rum in den Teig und der Rum war so extrem drin. Ich habe es nach Anleitung gemacht. Mir hat es nicht geschmeckt. Meine Mutter hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Aber es war sehr schwierig, das so gut hinzukriegen. Du musst halt wirklich viel aufpassen. Also, quasi so. Rotkohl. Mit Rotwein. Aber nicht ein bisschen Rotwein, sondern die halbe Flasche. Genau. Ja, ich würde sagen, da ist man dann so ein bisschen away. Nein, dann schmeckt nämlich nicht nur nach Rotkohl, sondern das komplette Essen. Weil alles, was den Rotkohl berührt, schmeckt dann nach Rotwein. Das ist widerlich. Das ist echt irgendwie ein bisschen eklig. Ja, definitiv. Lass sie mal bitte meine Haken holen. Nein, würde ich niemals machen. Nein. Und ich habe es auch noch dunkel gemacht und sie ist Trapper. Super. Ja, hä? Ich habe nur den Medikament dabei, ich bin unschuldig. Ich, ich, ich wollte es erst auch mitnehmen, aber dann dachte ich mir, hm, vielleicht nimmt Xtreme jetzt eins mit und dann nehmen wir zwei mit und dann, ne? Ja, hier machst du eine Ausnahme, aber bei mir, ne? Vier Stück. Merk schon. Ach, Mist. Ja, wieder du! Ja! Ey, Tobi, Mann! Ey, Lirina, Mann! Ey, Lirina, Mann! Ey! Ich habe das ja wieder verloren. Ich will nicht mit dem Mondsmitz, ahmen. Okay. Mit den ganzen Kirchens. Eine Sorge! Huch! Ich habe einfach nur in die Luft geschlagen und habe getroffen. Ja! Aber wie man sich immer erschreckt, wenn man dich dann auf einmal wieder sieht, ey! Aber ich mag die Maps, ich bin hässlich. Ich weiß, ich bin hässlich. Boah! Was ich ganz gern mag. Denk dran, ich bin gleich noch Killer, Masha. Ja, und? Hallo! Pries zu Pries! Hallo! Na, alles klar, ihr drei. Wir beiden. Ihr drei. Ja! Boah! Etlüpt! Kön- könnte, könnte schlimmer sein. Ich hab mich verhangen. Verhangen? Ich weiß nicht, wo ich bin. Kann mir jemand helfen? Nö. Kennt sich hier jemand aus? Ich häng hier so ab. Du seid, ich weiß doch, dass ihr schon in der Nähe seid, wenn ihr nicht so schon bei... Genau. Aber vielleicht hab ich Glück. Oder auch nicht. Oh, warum kann ich nie heilen? Hallo? So. Blau, Forrest. Ich glaub, mich hat grad ne Mücke gebissen. Doch. Was, ne Mücke gebissen? Ja, ähm, im Russischen sagt man halt, übersetzt halt gebissen und nicht gestochen. Deswegen. Oh. Oh, genau neben dem Haken. Wunderbar. Ja. Find ich auch. Da ist jemand in der Falle. Kannst du dich erstmal holen? Nein. Mhm. Okay. Kannst du jetzt auch noch? Komm nicht raus. I'm hanging on the edge of glory. Oh. Hallo, ist dir zufällig hier? Hallo. Au. Geht doch freundlich an. Ja. Ist aber gut, diese Runde. Hat ein bisschen gezogen. Obwohl so dunkel ist. Ach, das tut dir leid? Ein bisschen. Oh. Aua. So, jetzt sind alle angeschlagen. Bitte. Oh, schön. Oh, das ist ein schönes Bild. Was? Dass alle vier angeschlagen sind? Ja. Irgendwie... Irgendwie ist das befriedigend. Oh. Jetzt nicht mehr. Hilfe. Lauf doch nicht weg. Achso. Da ist jemand. Nein. Ich hab dich gar nicht gehört. Also in-game. Dimmere auch nur. So, ich komm da grad so weg und du läufst weg. Alter. Kannst du mich mal lassen? Nein. Dankeschön. Bitte. Wir haben ja den Perk, dass man die schreienden lauter hört hier. Hast du den? Ähm, ich glaube nicht mit, ähm, ihm. Aber Eisner ergriff. Ja, natürlich. Ja, drei. Wie jeder den einfach kriegt. Außer ich. Ich krieg den nie. Ich hab den noch nicht mit einem einzigen Kille gehabt. Das Problem hatte ich immer mit der Detektivmütze. Die ganze Zeit hatte ich das nie bis zum Schluss dann erst. Das ist doch eher ausgeschafft. Das ist doch eher ausgeschafft. Der Zufallsgenerator ist oft endlich. Meine Finger tun weh. Huch. Warte, ich bin zu fett für die Tür. Ich kam halt nicht raus. Das ist aber fahre. Ach, Mann. Kannst du mich nicht einmal mal in Ruhe lassen? Nein, ich mag dich irgendwie. Oh, teamwork. Ja, komm. Komm, ich trag dich zu unseren Flitterwochen. In den Keller? Mhm. Oh, das finde ich aber lieb. Die ist immer weg. Du störst. Mit dir nervige Mücke. Ja, ich immer. Vielleicht hört man das, wenn ich auf die Tastaturen rumheime. Ja, das hört man ein wenig. Nur die Zähne. Was hätte ich? Was hätte ich? Was hätte ich? Toll, dabei habe ich sie schon ein bisschen aufgehalten. Nein, keine Falle. Keine Falle. Böses Mädchen. Natürlich, immer. Aha. Ach, willst du dir zwei Fallen hinlegen, oder was? Nö, 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 so böse bin ich nicht. Ja, so assozial bist du nicht, ne? Nö. Nö, überhaupt nicht. Nein, warum jetzt? Ich hab doch auch Adrenalin. Schön. Ich bin wieder gehealt, ey. Okay, du bist frei. Ach, natürlich. Oder auch nicht. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich... Oh, ihr seid doch so blöd! Bitte. Warum? Ach, Mann! Das war so schön! Ich hätte... Ich hätte Menschen töten können. Jetzt ist meine Mama nicht stolz auf mich. Dann tötest du nicht. Oh. Armes Tuk Tuk. Ihr seid jetzt schuld, dass meine Mutter mich verstoßen wird. Der Entitus wird dich für ewig nicht mehr... Ach so, das ist mir jetzt relativ egal, weil ich im Haken bin. Der ist jetzt auf unserer Seite, der Entitus. Manni, es tut mir leid. Boah, wirklich. Ja. Böse Mädchen müssen bestraft werden. Nein! Oh Gott. Oh nein! Sie einfach auch überall fallen liegen. Nein! Was dann? Was dann? Was dann? Ok. Da wird der hoch gezogen. Richtig. Nicht kämpfen! Ich kam doch gerade erst raus aus dem Keller. Ich muss doch erst mal ins Haus gucken. Ich hab gerade noch eine Falle aufgestellt. Achso, ich dachte, sie hängt schon länger. Irgendwie war ich gerade. Nein, 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 ich hab sie gratis aufgehangen und erst mal ne... Oh! Falte! Deswegen. Und der Keller ist da echt in diesem Haus. So wird die Dolle verwinkelt. Nein, ich hage das Keller fest! Ja, Leute, da fliegst du. Der Ausgang ist zu. Ich seh's. Nee, einer ist offen. Lol, was? Warum auch immer sie die Palette gerade nicht umgeworfen hat. Das hab ich mir jetzt auch gefragt. Den hab ich vorhin auch gemacht. Ich hab Leertaste bei der Palette gedrückt. Verdammt. Nein, wo Rebelli liegt, der ist auch zu. Mist. Mist. Oh, ach, die sind mal wieder genau in den Land. Ich lässt sie nicht mal aufhängen, weil das immer so blöd ist. Ach komm. Du musst tun, was du tun musst als Killer. Nein, irgendwie, ich kann das nicht. Das ist gemein. Das ist aber das Spielprinzip von Dead by Daylight. Aber ich will nicht. Dann lass dich liegen. Töte sie. Lass dich liegen. Alter. Alter. Ich hätte sie doch liegen lassen können. Ich hätte doch nicht gemacht. Alter, willst du sie umbringen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist Teamkill hier. Ist so. Das ist mein Geld. Das ist mein Geld. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist mein Geld. Das ist mein Geld. Aber da bist du selber schuld. Aber ich wollte raus. Ja, hallo. Ich habe extrem geschützt. Was? Du? Mich schützt? Ich brauche doch nicht geschützt werden. Du hättest in deinem zweiten Mal Leben eben gesehen. Aber wie scheiße ist das von dir? Bitte, Marshal. Du lässt Rebelli liegen und tötest Lirina. Ja, ich habe ihr gesagt, sie soll da liegen bleiben. Was? Ich habe ihr gesagt, sie soll da liegen bleiben. Hat sie nicht gemacht. Armstuck-Tuck. Ja, nicht schlimm. Aber schon, Lirina, das stimmt. Du hast leider selber schuld. Ja, ich... Ja, okay. Ich stand beim Ausgang. Hätte sie mich umgeschlagen... Ich bin mir davor, alles klar. Hätte sie mich geschlagen, ich wäre rausgefallen. Nee. Okay, war ich nie wieder. Alles klar. So, sind wir fertig? Passt? Ja, wir sind fertig. Gut. Ja, wir sind fertig. Ja, Abmod, kann ich nicht. Kann das jemand übernehmen? Nein, Spaß. Das war's mit der Folge. Sehr spannend. Sehr viele Tränen sind geflossen. Ich bedanke mich bei allen, die hier mitgelockt haben. Und die Links zu den jeweiligen Kanälen findet ihr unten in der Beschreibung. Schaut auch da mal vorbei. Ansonsten viel Spaß noch euch und tschüss. 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 Tschüss.